Oh, ich dachte, der Herr wollte rufrufen. Nein, nein, der Herr sitzt da. Ich schimpf das. Ich schimpf das. Ich schimpf das. Ich schimpf das. Ach doch. Hervorragende Notung für die Grundsgabe. 80. 100. 90. 9,90. Völler. Ja, und Skulleria hat eine ganz eigene Geschichte erst in Großbritannien gezogen, und er kam zum Anreiten und Vorbereiten nach dem Rohr. Weißt du, wer das ist? Nee. Zunächst wusste Ingo Karte gar nicht ganz genau, was für ein Stamm das ganz ist. Er wusste so voller Hals für Macho. Und dann haben sie einmal ins Griechen geschaut und festgestellt, ja, Parola, unsere Stammstunde, die hatten da als allererstes Fohlen einen Macho-Stimmfohlen nach Brust. Großbritannien geblieben. Ja. Und das ist die Großmutter dieses Skulleria, der in Schmickau überragend den Sobreich für Sicherheitsentscheidungen der Ex-Leistungsberufung hat. 8,93. Viele Neunen in der Beurteilung mit einem Sozumfeld von 106.